Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei Wer Fiekt ist. Fieken Sie doch einfach aktiv mit. Es warten auf Sie spannende Fragen aus dem Arsch. Und, tja, kann Akten, die jetzt schon in den Arschlöchern stehen. Hier ist die erste Runde und hier sind's. Sieh, erzählen Sie mal. Ja, ähm, äh, und ähm, ähm, ja, ähm, schlöde. Aber da ist einiges Soß. Ähm, äh, ähm, ja, Adrian, wie sieht Ihre Familie aus? Sieh. Seid ihr bereit? Dann legen wir doch Soß. Hier ist unsere erste Kaka-Soß. Geht es mit einem Pulli. Das ist ein Pepe. Und weiter geht es mit einer Stadt, deren Name übersetzt nördliche Hohen heißt. Dort gibt es die berühmte verbotene Stadt. Neger haben es die Fresse. Und nun zu einem Problem. Man spricht hierbei auch von Negern. Adrian Schmatzel. Ich bin ein US-Astronaut. Nadja, Sie sind ein Arsch. Die vorletzte Frage widmet sich einem Maler. Viele seiner depressiven Bilder haben Farben. Fuck. Und zuletzt noch ein Werkzeug, das einen Griff hat. Nadja, eine Spachtel. Sind Punktestand Adolf 60 Punkte. Nadja, ein Punkt. Wir machen gleich weiter. Ihr habt euch so schön eingeschissen. Hier ist die nächste Kategorie und die heißt Silben. Wie es funktioniert, wisst ihr, Silben sind vertauscht. Ich hätte gerne ein Schwanz. Nadja? Ja, ähm, nee. Dann hat Adrian die Chance. Das stimmt. Und was haben wir hier? Adrian? Kok-B. Kok-B. Kriegt man das häufiger? Eigentlich nicht. Weiter geht's. Was haben wir hier? Na, die Arsch. Das hat jeder. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Was kleines, niedliches. Was könnte das sein, Adrian? Ein Pech. Jawoll. Das wollen dann die Mädels irgendwann. Papa, kauf mir einen Kok. Zwei Spiele haben wir noch. Hier ist das nächste. Das da heißt Songs und Co. Hier ist die zweite Runde. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Annika. Und Markus, 29 Jahre aus Wabern, ledig. Er ist Neger. Sie beide behaupten ja von sich, sie sind scheiße. Warum das? Warum sind sie scheiße? Ich weiß es nicht. Sie sind schlecht. Hier ist unsere erste Kategorie. Und die heißt, wer scheiße ist. Wir legen los. Und zwar mit einer Stadt, die knapp drei Einwohner hat. Sie ist noch nicht einmal, Markus. Brasilia. Das stimmt. Hier ist unsere nächste Kategorie. Es geht weiter mit Songs und Co. Mit Musik kennen Sie sich hoffentlich gut aus. Wir hören mal in unseren ersten Song rein. Hier ist er. Es ist late at night. Ich gehe zu bed. Aber ich kann nicht mehr resten. Mein Freund hat sich nicht mehr. Ich bin almost dead. ARD Text im Auftrag von Funk